Es ist nie falsch, das Richtige zu tun. Ihr fragt euch, was ich mache? In meinem Beruf braucht man viele Fähigkeiten, wie zum Beispiel Geduld, Konzentration, aber auch Stärke. Also ich habe es in der Schule nicht gepackt, leider. Es war mir alles viel zu schwierig. Ich glaube, das geht euch genauso. Und habe für mich das Wahre gefunden, meine Berufung. Ich habe gemerkt, es passt einfach zu mir, zu mir als Menschen. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Und bis heute macht es mir immer noch Spaß. Meine Eltern haben gedacht, es würde zu mir nicht passen, so als Mann diesen Beruf auszuüben. Und auch Freunde konnten es eigentlich nicht glauben. Die haben eher gedacht, dass ich vielleicht in einem ganz anderen Bereich gut aufgehoben bin. Ich bin der Koray, ich bin 25 Jahre alt und ich bin vom Beruf Erzieher. Leuchtende Xitos Vielen Dank.